Hallo liebe Freunde von Final Fantasy 15. Hier ist wieder euer Agli Koyote. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das Cerberus Sniper Riffel, also das Scharfschützengewehr für Noctis finden könnt. In Kapitel 6, wenn ihr Kapitel 6 beendet habt oder in Kapitel 6 seid, findet ihr hier ein Vor. In diesem Vor findet ihr das Sniper Riffel. Hier ist Lestallum. Hier ist das Vor. Hier ist Hammerhead und ganz hinten ist das Vor. Das Vor heißt Volare. Und wie gesagt, in Kapitel 6 kommt ihr hierhin. Ich zeige euch jetzt, wo hier in diesem Fort ihr das Sniper Riffel für Noctis finden könnt. So, wenn ihr vor dem Eingang steht, direkt vom Eingang, geht ihr durch das große Tor durch. Normalerweise sind hier ein paar Gegner. Die sind so zwischen Level 16 und 24. Dann dreht ihr euch nach links und seht direkt vor euch ein paar Silos. Und neben den Silos direkt hier rechts ist eine Art Raumschiff oder Fähre oder Gleiter oder was auch immer das sein mag. Nämlich hier. Kann auch ein Tank sein. Fliegen da, je nachdem was das ist. Da geht ihr drunter durch und am Ende ist hier eine Hütte. Ein kleines Häuschen. Ein Wachhaus. Und hier in diesem Wachhaus, auf dieser Kiste, auf dieser Kiste liebt das Sniper Riffel. Servos. Wie gesagt, das Sniper Riffel kann nur von Noctis ausgerüstet werden. Also er kann das nicht prompt zu Igenis oder Veladius geben. Er kann das nur selber benutzen. Und zwar deswegen, weil das hat ein Scope. Ich glaube mit der Taste R1 und Dreieck könnt ihr Scopen. Aber jetzt müssten wir erstmal Gegner finden. Und dann ausprobieren, ob der Scope funktioniert. Wie gesagt, wenn ihr nicht alle Gegner killt, sondern ein paar am Leben lässt, dann habt ihr auch die Chance, das direkt auszuprobieren. Ansonsten müsst ihr euch halt erst ein paar Gegner suchen, so wie ich gerade. Aber da hinten sehe ich doch schon was. So, direkt vor uns Gegner. Kann ich euch nochmal den Level zeigen? Level 15. Und, ups, Level 17. Oh, ausprobieren wir, wie das funktioniert. Okay, das funktioniert. Ihr solltet, wenn ihr das Scharfschützengewehr ausprobieren wollt, nicht den Fehler machen, den ich gerade mache und vergessen, das Amulett rauszunehmen. Ich habe nämlich folgendes Amulett für Noctis gefunden. Kann ich euch jetzt kurz zeigen. Es nennt sich Auto-Changer. Und nach jedem Schlag mit eurer ausgerüsteten Waffe wechselt das die Waffen durch. Was eigentlich ganz nützlich ist, wenn man hier in den Slot zum Beispiel mehrere verschiedene Waffen oder ein Schild tun will, dann funktioniert das ganz gut, weil das zwischenzeitlich auch mal blockt. Aber wenn man halt eine bestimmte Waffe ausprobieren will, so wie ich gerade das Sniper-Riffle, dann eignet sich das überhaupt nicht, weil es nach jedem Schuss die Waffe wechselt. Also wie gesagt, probiert das Sniper-Riffle selber aus. Ich wollte euch auch nur die Location zeigen und wie man das bekommt, nämlich ganz leicht. Ich zeige nochmal kurz die Karte, bevor das Video zu Ende ist. Da ist der Parkplatz, wo ihr euer Auto parken könnt. Hier ist Lestallum. Und unterhalb Lestallum ist das Fort Rolleray. Und das ist ab Kapitel 6. Und der Level von den Gegnern hier ist zwischen 15 und 24. So, das war es auch schon wieder von mir. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr den Like-Button oder den Subscribe-Button auf meinem Channel drücken würdet. Und bis zum nächsten Mal. Euer Akki Kurte. Ciao. Ciao. Ciao.